UNTERTITELUNG Und Opa hat hier ganz allein gelebt? Naja. Auf deinen Großvater und darauf, dass du mitgekommen bist. Ich bin nicht wegen dir mitgekommen. Ich wollte nur das Haus von Opa sehen. Schon klar. Wir könnten noch Zeit in Norwegen verbringen. Und was sollen wir hier machen? Es wird gar nicht dunkel. Es ist schon fast elf. Es ist ja den ganzen Sommer so. Und im Winter wird's fast drei Monate nicht hell. Meine Eltern sind separatiert. Wir fahren auf der ersten Reise zusammen. Wie geht's? Ich weiß nicht. Es ist verrückt. Gib mir das Wasser. Und was denn noch? Ich bin doch nicht dein Diener. Ich bin doch fast fünfzehn Kilometer bis zum nächsten Ort. Und jetzt? Na was, schon gelaufen. Was möchtest du später mal machen? Wieso? Das hört mich einfach. Hier ist alles in Ordnung. Ja. Er findet's ganz toll. Er ist total begeistert. Ich finde schön, dass du mitgekommen bist. Hast du schon gesagt. Ich bin doch. Ich bin doch nicht eins in Ordnung. Ich bin doch nicht eine Schweizer. Ich bin doch schon aufgeregt. Ich bin doch schön. Ich bin doch fast nicht. Ich bin doch immer nuevos, aber ist es. Meraziert sich. Ich bin doch sehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017